Musik 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 Und dann Klatsch Take 1 Yeah Dann Luigi's Mansion Musik 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 Ähm Musik Hey ho Leute, dritter Versuch Luigi's Mansion Aus irgendwelchen Gründen bin ich zu blöd um das Spiel weiter aufzunehmen Musik Ja Jetzt hab ich sogar einmal durchgespielt Einmal durchgespielt Ich will aber nicht hier damit wir New Game Plus aufnehmen Sondern ich bin natürlich hier damit wir ein komplettes New Game machen Und deswegen Ja Machen wir jetzt nochmal den ganzen Anfang Ich werde dann die Videos löschen Und dann fängt die Videos nochmal von neu an Your Mansion Die da Genau die da Mit einem Rostauto Autocarren Lagersturm Riner Luigi Gönn dir Diese geile Villa, gönn dir Hallo Gönn Hallo baker Pizzer hat Dornan an die Tür gelegt. Scheuzeh! Okay, dann machen wir das Eisenmann nochmal durch. Hallo? 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 Ist das Spiel überhaupt laut genug? Spiele als Spiel, als würde ich es live streamen. Aber ich live streame nicht. Okay, warte, noch ein bisschen lauter. Ich meine, ihr müsst ja was hören. 25. Tschüss. Danke, Schlüssel. Jetzt schließe ich eigentlich immer die Kerzen an. Ich dachte, das ist eine alte, verlassene Villa. Ich meine, hier ist sogar überall Staub in der Luft. Hier ist überall Staub, aber kein Schwein... Kein Schwein denkt sich irgendwie, ja, ich mach mal Staub weg. Nee, ich mach die scheiß Kerzen an. Fuck you. Oh nein! Er hat nur zwei Zähne! Oh nein! Oh nein! Er hat nur zwei Zähne! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ist das die amerikanische Version? Willkommen in der amerikanischen Version von Logis Mansion. Ich bin zu alt für das SHIT! Ich war's catching. Anyway, nice to meet you. Ich bin Professor Ingalls. Oh, Doktor for fucks sake. Oh, Doktor for fucks sake. Nyeeah. Alright, you know, look like follow me past Host Haste. Pfff! Onega, please, Odo! Duh! 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 Ja, na, Miss Luigi. Ja. Hm. I think our powers are quite distant, yeah, to cross, yeah, I meant to be, yeah, hmm, where's this, you ask, the house, why, these cozy quarters are where I do my ghost studying, okay, professor, yes, ghost research laboratory, the lab, hmm, if you're a shortening mind, you won this mansion in a contest you didn't even enter, sounds pretty fishy to me, so you believe this mansion actually exists, then, strange, I've been living here since I was a lad of 20 or so, and I'll tell you, that mansion appeared just a few days ago, so viel verfickten Staub, oh du scheiße, these, these, the spirits have fooled you, I don't, I don't know if it's a dream, an illusion, or what all, but I surely wouldn't be so happy to winning a haunted house, schon, I think that's cool, I think that's cool, I think that's cool, now that I get a look at you, I just recalled a guy with a red hat, kind of like yours, went up to the mansion without even stopping to chat, and he never returned, he's a bit, fuck this shit, was he a dream too, but I'm going to get a brother, you asshole, what, that guy was your brother, oh no, that's horrible, so that's how Dr. Eget, he wouldn't stand a chance against those girls without my ghost research laboratory, against those girls without my help, you need to go after him, here's a plan I teach you to deal with ghosts, so you can rescue your brother Luigi, Nice, man. Muss ich jetzt mal meine Faust fünfmal größer machen, alter. Let the vacuum clean. Danke, ich wollte schon immer einen Staubsauger, die scheiße Bude, ist auch ein bisschen verstaubt da hinten. I engineered to catch ghosts, I call it, this is genius, the Poltergast 3000. Nice. Oder, oder auch bekannt als schreckweg 0815 oder so. It can't catch ghosts. Pfff. Suck up all kinds of things, let it rip. Use the R button to vacuum and the C stick to change your direction. Okay. No matter how strong you think your brother is, girls are mysterious beings, they can't be caught using conventional means. So you're better use its only way to foil them, this is the only thing they fear. Or something to that effect. Uh-huh. Oh, sorry, I should do it again. Well, how's about when we start your training? Ich hab verficktes Armbund. Ich katze. Oh, oh. Ghosts seem to like darkness, and they avoid the light. So if you hit them with a flashlight beam, all of a sudden you can stun them momentally. Then it's vacuum time. Okay. When you see your chance, hit down the R button and tilt the control stick in the open up. Das ist ein schweres Wort, okay? Das ist... Just give it a try. You'll learn more that way than just listening to me yap about it. Er hat die Schnauze, lass mich machen, okay? Er hat die Schnauze, ich will im Geist fallen. Ich hab's kapiert. Ich hab's perfekt aber kapiert, man, ich weiß immer Geisterfekt, was du mir erklärt? Ich fass doch mal wie du bescheunst. Willst du mir jetzt noch was sagen? Alter! Ich hasse Tutorials! Just laugh to hide in dark places where they come. Ach du scheiße, übertreibend! EYE OF EIMER! SEE THEIR! Catching goals means using the flashlight and the polter cast 3000 as a team. You get me, young fella? That'll do. Well, how many did you get? All. Nein! Du hast nur, du hast mir nur neun Geister. Eine ungerade Zahl! Nee, tschüss! Jetzt gib ihm Luigi! Was gibt's aufs Maul? Der Teufel ist da! Tschüss! Dem rede ich nicht. Oh, Geld! 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 Okay, jetzt gibts aufs Maul, Leute! Jetzt gibts auf die Schnauze! Danke! Hell, hell! Oh, Geld! Ohhhhhhhhhh! Back to this scheiße! Open out my candles! You, Mr. Lightbreed! Well, there are group statues around you! Yes! But they love the dark and now they get you! Now you're up for it! Oh, there's a lot of culture above that! Just like there's a red cap before you! May you wanna loss in the darkness forever! Are you afraid? Yeah, that is the dark and now man! Boi! Here they come! Okay! Okay! Oh fuck! Smarish! Yeah! The lamp is out! Now go ahead! Hinter mir auf! Hinter mir! Wustis! Jumpscare! Jumpscare! Die da! Welcome! Go ahead! Go ahead! Hey! Oh! Go ahead! Hey! Hey! Ich bin da Alles klar, weiter geht's Ich weiß nicht, ist der Raum dunkel So muss das Sobald man die Tür öffnen muss direkt der Raum dunkel sein Los geht's Wer hat's doch nicht reingemacht? Halt die Schnauze Halt die Schnauze Guck mal, dieser Hausmaß, der hier dort kommt Was willst du? Was willst du? Hallo Malo, ich schieße Menschen kurz in uns auch nicht mehr Das, was sie mal waren Geht's? Ja, Gold machen Nichts Du Äh, scheiße Oh nein Er wurde, dass ich ließe, guckt er meinte, scheiße hier an Was? Was? Au Nicht so biegen Ja 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 Ich will echt kein 1 Spot Ey, kannst du mir 화장 Ja Ja So, jetzt mach ich das hier. Danke! Ich hab's geschafft. Wie geht das alles hier einsam? Was soll die Scheiße? Ich hab Geld aber einsam, das ist lästig. Ja, nur Geld, das hab ich geschafft. Warte, hier kommen die Bananengeister, ne? Yeah! Irgendwie ist das auf die Schnauze. Man! Ich hab hier scheiß Bananen aufsaugen, Alter. Warte, jetzt kommst du, oder? Ey! Ey! Kannst du mal! Schau, da ist weg! Da ist weg! Hallo! Nein! Alter, oh nein, Luigi, was ist mit deinem Kopf? Gib es hoch! Okay. Ja, das ist weg! Das ist weg! Ja! 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 Ja!